Das müsste räuchern. So. Ich müsste es natürlich hier anständig machen. Wow, Mann. So. Erstmal gut durch ausgeleuchtet hier. Aber ganz ehrlich, wir haben hier natürlich schon Creeper-Probleme manchmal dann hier, ne? Hm, egal. Lässt sich nicht ändern. Sand, sand, sand. So. Oh Gott. Auch schön. Wir brauchen Kabel. Wir müssen jetzt nach ganz oben. Und wir brauchen Kabel. Kabel haben wir noch zehn Stück. Hoffentlich reicht es, die zehn Stück. Zwölf Stück Granit. So. Und das alles kommt hier weg. Stimmt, da fehlt auch noch Granit. Ich weiß, ich habe mich verbaut, aber egal. Wie viel Granit haben wir denn jetzt noch? Shit. Nur noch fünf Stück. Für den ganzen Tunnel. Ist ja viel. Alter, sagst du was? Na? Huh. Hier müssen wir... Oh shit. Hier müssen wir echt aufpassen. Dann verbaue ich das ganze Granit hier einfach mal. So, und jetzt müssen wir auf Granit-Farm gehen. Aber erst mal... Können wir das hier nochmal hier weg machen. Und den Tunnel nochmal in so ein kleines Stückchen begradigen. Solange wir hier sind. Ist ja natürlich auch immer schön, ne? Sauberkeit ist das oberste Gebot. Auch in Minecraft. Da habe ich ein kleines Problem. Okay. Granit-Ader. Wisst ihr, wenn wir schon hier sind... Scheiß-Traur. Wir kommen uns hier runter. Ich habe irgendwo ein Skelett gehört, aber... Ich höre es immer noch. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht... Bei uns in der Nähe. Theoret. What? Dungeon? Das ist ein... Ähm... Wir haben da ein kleines Problemchen. Okay. Einfach rauf mit dem... Ja. Uha! Es sind aber auch viele hier. Shit. Shit, 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 shit. Die halten mich ganz schön auf Trab. Scheiße. Schießt euch ab. Super. Super. Darf ich mal durch? Danke. Alter. Ich habe ganz viele Pfeile. Los. Komm. Schneller. Schön. Oh oh. Nicht gut. Bist du mir jetzt alleine was antun, oder was? So, was haben wir denn hier drin? Oh 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 oh. Eine Schallplatte. Geil. Ein Brot haben wir hier auch noch dazu bekommen. Und eine fette Höhle hier. Ach du Scheiß. Die ist aber... Die ist aber relativ fett hier. So. Also wir haben Schwämme bekommen. Wir haben Dungeon bekommen hier. Wow. Hallo. Tschüssi. Krass ey. Guck mal hier haben wir Diorit. Also... Ich weiß nicht. Ich habe sogar Lust hier ein bisschen Stein mitzunehmen. Von dem Vermozen. Aber... Ich glaube das sollten wir lieber lassen. Wir sollten doch nach... Ach... Ich würde gerne diesen Wasserfall ausschalten. Ich gucke mal, ob ich den Wasserfall hier ausschalten kann. Die Musik hat jetzt übrigens überhaupt ganz voll und ganz aufgehört. Also wir müssen jetzt erstmal kurz ohne Musik auskommen. Bis zur nächsten Aufnahme. So, dann verschwinde mal hier. Dann möchte ich hier mal so ein bisschen... Gucken. Guck mal, da haben wir Granit. Wir haben auch Granit. Zwei Adern. Was haben wir hier? Hier haben wir... Hier haben wir Kabels. Nächster Dungeon gleich daneben. Wird es mich verarschen? Wie viele Dungeon sind denn hier? Wie viele Dungeon sind denn hier? Alter Redstone. What the fucking? Was ist denn heute für ein Tag, ey? Das ist... Wird zu viel. Viel zu viel. Guck mal, wir haben hier einen Sattel. Sand. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Strings haben wir. Riesen können wir natürlich auch gebrauchen. Kabel haben wir. Diorit haben wir. Gucken wir nicht viel mit anfangen. Redstone kommt da hin. Ach, shit, ey. Erde haben wir. Brauchen wir nicht. Da sieht, brauchen wir nicht. Oh, shit, ey. Wir müssen das jetzt alles erstmal nach oben transportieren. Sag mal, ist hier denn noch irgendwo Spawner? Ich will jetzt Spawner hier sind. Ähm, Türen brauchen wir. Doch, brauchen wir. Ich hätte eigentlich gesagt Weizen nicht, aber... Erde brauchen wir nicht. Naja, gut. Wir sind hier eigentlich nur zum Theoret formen. Hey, du. Magst du dich mal in die Luft sprengen? Danke. So. Ich möchte hier so ein bisschen... Oh, schallplatte? Ihr seid ja lustig. Das ist mal hier Monster farmen. Du auch noch... Hey, wo willst du denn hin? In den Tod, ne? Oh mein Gott, so viele Knochen hier. Ich will auch Knochen. Hier so Weizenwerf ich weg. Hier ist denn der eine... Oh, wie viele da hinten noch sind. Hier muss doch noch ein Skelett Dungeon sein. Ich verschwinde, liebe Freunde. Es wird mir hier ein bisschen zu viel mit dem Dungeon. Was haben wir hier? Ach, das habe ich hier abgeregelt. Komm her. Na, komm. Boah, zwei sogar. Irgendwie... Zu zweit seid ihr eigentlich immer die Besten, ne? Merke ich schon. So. Wir müssen uns jetzt erstmal nach oben begeben. Damit habe ich hier überhaupt nicht gerechnet, hier. Mit sowas... Mit englisch, ich glaube, zwei Dungeons, die wir einfach mal so gefunden haben. Krass. Ah ja, richtig krass. So. Wir haben es auch mittlerweile wieder Tag. Da merkt man, was wir so alles unter der Erde haben, ne? So, ich würde sagen... Oh Gott, ey. So viel, wie wir bekommen haben. So, Rohstoffe. Wir haben hier natürlich Rohstoffe ganz viel. Wir müssen uns einen Plattenspieler bauen. Aber wir haben... Dreimal die gleiche Musik. Das ist das nicht scheiße? Das ist ein bisschen scheiße. Naja, gut. Eisen. Jetzt sollen wir mal schmelzebereit machen. Sand. Kommt natürlich hier rein. Zuckerrohr oder Englisches haben wir hier nicht. Stein oder Erde. Wir haben hier Erde. Wir legen erstmal hier alles zurück. Ich würde sagen, wir... Ich muss jetzt eh eine Aufnahmepause gleich machen. In der nächsten...